Crusader Kings 3 bietet uns unendliche Möglichkeiten, wenn es um die Religionen geht. Und trotzdem spielt ihr immer nur katholisch, ascharitisch, orthodox oder vielleicht nochmal asiatisch. Warum nicht mal was anderes? Deswegen werden wir heute das Spiel brechen, eine tote Religion wiederbeleben und in Sonnenlicht rücken. Denn diese Religion hat keine einzige Grafstab in diesem Spiel. Heißt, sie ist wirklich komplett ausgestorben. Es geht natürlich um den Zoonismus. Der Glaube, der Konvertierungskosten von mehreren hunderttausend aufweist. Aber ich würde euch nicht nur zeigen, wie man diese Religion wieder aufleben lässt, sondern ich würde euch zeigen, wie man diese Religion zu einem absoluten Monster auf der Welt macht. Mit einem ganz gemeinen und fiesen Trick, der sich richtig schön ausspielen lässt. Gerade mit so einer seltenen Religion, die nirgendwo vorhanden ist. Also schnallt euch an, heute wird es richtig schön sonnig. Und hier beginnen wir im wunderschönen Bamiyan mit unserem tollen Sonnenmann von den Sonnenanbetern. Eine wunderschöne Region, die ich euch einfach mal zeigen will, weil sie etwas ganz Besonderes hat. Nämlich die Buddhas von Bamiyan, die wir nicht nutzen können, weil wir keine östliche Religionsfamilie haben. Und wir haben tatsächlich noch eine Goldmine hinten in der Baronie, die dieses Gebiet auch schon aufweist. Also ein extrem schöner, interessanter Start. Kann man nur empfehlen für jedes Playthrough. Aber das nur am Rande. Um ein bisschen Bildungstor auf Takt durchzugehen, gucken wir uns ganz kurz an, was es eigentlich mit der Religion auf sich hat. Wir haben maturidisch hier als Religion, ein muslimischer Glauben, der organisiert ist. Organisiert bedeutet immer, dass ihr eurer Religion in irgendeiner Form mal einen richtigen Glaubenssatz unterworfen habt. Ihr könnt unten immer einen neuen Glauben gründen, der der gleichen grundlegenden Religion angehört. Hier zum Beispiel Sunniten und eben muslimischen Glauben. Oder ihr könnt oben auf anderen Glauben gehen und neue Glauben auswählen. Sind Glauben schon vorhanden, könnt ihr die relativ günstig konvertieren. Zum Beispiel ascharitisch könnte ich mit 900 Frömmigkeit locker machen. Da ich ein organisierter Glauben bin, könnte ich sogar auch zu Toten glauben, die organisiert sind, relativ leicht hingehen. Zum Beispiel ikonoklastisch würde uns tatsächlich nur 9.000 Frömmigkeit kosten. Das ist natürlich auch schon mal ein Sümmchen, aber natürlich deutlich weniger, als wenn wir von einem organisierten Glauben zum Zonismus bekehren. Da sind wir jetzt bei 500.000. Ich habe unseren lieben Sonnenmann nämlich noch ein wenig modifiziert, dass er ein bisschen mehr Bildung hat. Und jede Bildung, wie ihr sehen könnt, verringert die Kosten zur Bekehrung. Trotzdem 500.000, kann man das schaffen in einem Leben? Nee Leute, das schafft man natürlich auf keinen Fall. Wichtig ist aber einfach, dass sich unreformierte Glauben recht leicht zum organisierten Glauben bekehren lassen können. Auch wenn sie tot sind. So jemand wie ein Zonist oder ein Tengrist könnte sich wesentlich einfacher auch zu diesen ganzen Totenglauben bekehren. Das ist zum Beispiel das, weswegen ich euch immer empfehle, Waldensertum zu nehmen. Weil eben Waldensertum nicht existiert auf der Karte, aber halt schon die Bedingungen hat mit Wilderverbot und so weiter. Und recht leicht, gerade so in Afrika zum Beispiel, auch zu bekehren ist. Und die ganz schlauen Füchse unter euch, die haben jetzt hier aufgepasst. Das heißt, wenn ich mir den Zonismus angucke, der ist unreformiert. Dann sehe ich jetzt unten, wenn ich auf Glaube konvertieren gehe, dass wir hier zu einer Totenreligion konvertieren, was immer 500% sind. Eine andere Glaubensfamilie 200% und von einem organisierten zu einem unreformierten Glauben konvertieren nochmal 500%. Also ein gigantischer Malus, der uns natürlich richtig schön ins Bein schießen kann. Aber was wir wegmachen können, ist konvertiert von einem organisierten zu einem unreformierten Glauben 500%. Das heißt, diese 500%, die wollen wir wegschmeißen. Aber wie können wir das machen? Indem wir tatsächlich mit unseren Wegen brechen und zu einem unreformierten Glauben uns bekehren. Am besten sogar einen, der noch in der Glaubensfamilie ist. Aber diese 500%, das ist das Wichtige. Das wollen wir als erstes schaffen. Wenn wir es weiter runterhauen können, das sind so ein paar Sachen, die über den Dementswandel gehen. Wir gehen in Bildung und wir können hier auf Triniger gehen. Und ihr seht, 75%. Jede Bildung, die wir bekommen, hilft uns auch nochmal dabei, weniger bezahlen zu müssen. Aber ein zentraler Punkt ist eben, dass wir einen unreformierten Glauben haben. Es gibt auch noch Möglichkeiten, wie zum Beispiel Stonehenge in England. Stonehenge verringert eure Glaubenskosten um 20%. Ihr könnt auch hier einen Charakter mit zynisch erstellen. Habe ich natürlich nicht gemacht, um das Ganze schwer zu haben. Aber auch da habt ihr Möglichkeiten, um eben zu Totenglauben zu konvertieren. Aber ich sagte ja schon, das ist ja noch nicht alles. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Bildungsauftrag. Und bevor ihr jetzt einschlaft, wie in der Schule, weil ihr so viel Bildung bekommen habt, schlagt ihr mit eurem Kopf direkt mal auf die Tastatur oder die Maus, um ein Abo und ein Like da zu lassen. Denn über 90% sind die Nicht-Abonnenten. Das hat mir meine Ratspitze mitgeteilt. Und das geht gar nicht, Leute. Aber was ist denn jetzt der große Trick, den wir machen wollen? Denn wenn wir die Religion ja gründen, dann haben wir nachher in Bamiyan, vielleicht noch in Kabul oder sonst wo die Religion. Müssen die auch noch reformieren. Das heißt, auch noch drei Heiligtümer holen, die sich zum Beispiel in Kabul, Nishapur und so weiter befinden. Und dann, ja, dann haben wir halt unsere Religion in fünf Gebieten. Aber alle anderen drumherum hassen uns, weil sie halt irgendwie Moslem sind, weil sie Hindus sind, weil sie tibetisch sind oder christlich sind oder Tengri. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie unsere Religion verbreiten. Dafür gibt es einen ganz netten Trick. Den werde ich euch dann gleich mal zeigen. Aber erstmal, gut, kommt jetzt erstmal rein, was wir jetzt wo ganz viel tun, ja? Wir werden ganz viele Pilgerreisen machen, denn ohne Pilgerreisen gibt es keine Frömmigkeit. Alles andere ist Standard abgelaufen. Und ich werde noch ein bisschen was erobern. Und zwar natürlich die Heiligenstätten erstmal. Gerade beim Unreformierten Glauben ist das immer schwieriger. Ihr braucht drei Heiligenstätten, um euch zu reformieren. Das heißt, ich brauche Kabul, Bos und Bhutan zum Beispiel oder Nishapur. Das wären die vier, die hier in der Nähe sind. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen erobern. Aber ich werde nicht nur da erobern, sondern ich werde mich wie ein Geschwür über diese ganze Karte ausbreiten. Das hat einen ganz, ganz besonderen Grund. Und den werde ich euch zeigen, wenn wir es dann soweit sind. Aber erstmal gehe ich jetzt mal richtig schön Pilger, Leute. Bevor wir natürlich hier mit unseren Pilgerreisen starten, gehen wir erstmal schön auf Tinder. Wir kennen das mittelalterliche Tinder. Wir gucken uns einfach mal an, wer sieht gut aus, wen kriegen wir hin. Und schauen vor allen Dingen auf die möglichen Bündnisse. Wenn bei dir im Profil nicht steht, mein Bündnis ist so dick, Junge, dass ich tausend Truppen mitbringe, dann swipe ich sofort links. Von daher gucken wir mal das Mädchen hier, sieht doch schon mal ganz interessant aus. Das gibt uns nämlich einen verbündeten für 1400. Die werden wir dringend brauchen, denn nur so kommen wir auch wirklich voran. Hier seht ihr schon mal den Effekt von Abtrünnen. Auf einmal statt 500.000, nur noch 130.000. Das ist ein ziemlich starker Effekt. Trotzdem 130.000 in einem Leben, wir sind 25 Jahre alt, ist eigentlich nicht möglich. Das könnt ihr euch vorstellen. Also denkt nicht einmal daran, irgendwie 100.000 Frömmigkeit zu grinden. Das ist unmöglich, Leute. Außer ihr habt irgendein Geld, das schieht an. Mein gieriges, kriegsverseuchtes Auge hat schon mal sein Ziel ins Auge gefasst. Und zwar dieses kiratische Gebiet hier. Wir könnten auch die Karwe-Bön-Polische Region nehmen. Auch unreformiert, tibetischer Glauben. Oder eben diesen Kiratismus. Denn ich glaube sogar, dass der muntubische Glaube mit unserem Zynismus in einer Gruppe wäre. Von daher, lock on. Hier ist unser Ziel. Mit 500 Truppen ein leichtes, leckeres Ziel für unsere dreckigen, miesen Clown. Dann können wir richtig schön unsere Religion annehmen. Denn ihr kriegt 90% Reduktion, wenn der Glaube in eurem Gebiet vorhanden ist. Mit einer schnellen Belagerung haben wir unseren Gegner zerstört. Unsere Verbündeten waren leider nicht sehr nützlich. Aber es ging auch so. Er seht schon, er guckt noch immer recht fröhlich. Er weiß noch nicht genau, dass wir jetzt gerade ein Gebiet abnehmen. Dadurch gehört Kiratismus offiziell zu unserer Region. Und ihr seht jetzt schon mal, wie krass dieser Unterschied ist. Er ist auch ein unreformierter Glaube. Er ist eine andere Glaubensfamilie. Und sieht trotzdem, wir brauchen nur 1695 Frömmigkeit. Obwohl wir den Malus von 500 und 200% haben. Aber ihr seht, ist präsent nah oder in eurem Reich minus 90%. Dadurch können wir jederzeit zum Kiratismus bekehren. Und damit auch viel leichter zum Zynismus bekehren. Weil wir sofort zum unreformierten Glauben konvertieren. Was minus 500% als Malus einfach mal beseitigt. Unseren guten Lehnsherrn brauchen wir nicht mehr. Deswegen haben wir ihn direkt mal in den Krieg erklärt. Mit unseren übermächtigen Verbündeten. Als Moslem hat man halt ziemlich Vorteile, wenn man ziemlich krasse Verbündete kriegt. Was eine sehr gute Sache ist. Ihr seht schon, das geht relativ fix mit unseren 10.000 Truppen gegen seinen 1.000. Wir müssen das tun, weil wir sonst unsere fragmentierten Gebiete verlieren werden. Die wir unbedingt noch brauchen für einen späteren Zeitpunkt. Passionation pur, wie fast immer bei Crusader Kings 3. Bei einem männlichen, nur männlichen Erbe kriege ich natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder. Alle weiblich. Ist das nicht wieder eine herrliche Sache? Dankeschön Crusader Kings 3, wie immer. Mit der Eroberung unserer ersten Heiligenstätte in Kabul können wir auch unser Herzogtum endlich gründen. Obwohl wir uns schon ein bisschen weiter ausgebreitet haben, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hier oben ein Fleck, hier unten ein Fleck und hier hinten ein Fleck. Wir werden uns auch noch weiter ausbreiten. Wie gesagt, das werden wir später noch benötigen. Aber vor allen Dingen brauchen wir jetzt unsere Heiligenstätten, die wir hier bekommen können. Und damit eben auch Herzog werden können, um Titel auch weggeben zu können. Unser guter Sonnenmann ist melancholisch geworden. Und ich kann verstehen, warum. Wenn wir uns einmal anschauen, dass er 10 Kinder hat und kein einziges davon männlich ist. Was bedeutet, dass wir keinen Erben bisher erzeugt haben. In diesen ganzen Jahren, die wir nun das Spiel schon spielen. Fast 20 Jahre. Das heißt, in der oberischen Front und Religion sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ihr seht auch schon die Frömmigkeit. Ziemlich hoch. Aber wenn wir keinen Erben haben, ist das Spiel gleich vorbei. Das gott mich an. Es hat nur 11 Kinder gedauert und wir haben endlich unseren Erben. Endlich bist du da, Sonnenmann 2. Hat das lange gedauert. Verdammte Sch... Ich hab echt schon gedacht, wir verlieren hier. Endlich bist du da und bist wunderschön. Mögest du stark und groß werden und nicht von irgendeiner Krankheit dahin greift werden. Nach einiger Zeit später können wir jetzt wohl unseren Glauben ändern zum Kiratismus. Wir werden sehen, dass uns erstmal das gar nicht so viel kostet, weil wir schon Bildung massiv gepusht haben. Eben wegen Atriumiger und wegen dem 90%, wie wir schon gesagt haben. Und wenn wir jetzt weiterhin konvertieren wollen zum Zonismus, können wir das auch tun. Es gibt allerdings ein Kaviat für mich persönlich. Deswegen zeige ich euch einmal beide Varianten. Nämlich Zonismus wird uns jetzt extrem wenig kosten. Wir sind jetzt unreformiert. Wir sind mundhumischer Glauben. Er ist in der gleichen Familie gesetzt wie Zonismus. Warum auch immer. Es ist einfach so. Das heißt, die Glaubenskosten werden jetzt einfach auf 1.000 reduziert. Das ist natürlich absolut krankhaft. Was aber auch daran liegt, und das muss ich fairerweise sagen, dass sich ein Typ leider den Geheimglauben angenommen hat. Und deswegen die Religion nicht mehr als tot gilt. Ihr wusstet vielleicht noch, 500% waren auch wegen Totenglauben. Jetzt zum Beispiel den Hedonismus angucken. Nur fairer halber würde halt 5.000 kosten. Ihr seht, wir würden beides schaffen. Nur, dass er eben Bescheid weiß. Ich hab den Typen sogar umgebracht, der diese Religion jetzt praktiziert hat. Trotzdem zählt die Religion nicht mehr, wie ihr hier sehen könnt, als tote Religion. Heißt also, wir haben ein bisschen Bonus bekommen. Ihr seht trotzdem, es wäre halt statt 1.000 dann 5.000. Wir haben 9.000 Frömmigkeiten konstant Prügerreisen machen gegangen. Hab ja dessen konstant alles erobert, was ich halt so brauchte, um eben den nächsten Schritt einzuleiten, der dann ein bisschen später noch eintreten wird. Denn jetzt werden wir erstmal unseren Glauben annehmen. Und da ist es. Und ihr dürft niemals den Glauben annehmen und den dann nicht reformieren. Denn ganz wichtig, ihr müsst genug Frömmigkeit haben, um danach auch noch reformieren zu können. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Boom. Und damit sind wir die Sonnenanbeter. Gelobt sei es zu. Wir können jetzt Leute schön foltern mit der Sonnenprüfung. Und wir können unsere Heiligenstätten, wovon wir übrigens schon zwei haben, auch tatsächlich jetzt einsetzen. Wir müssen nämlich unseren zonistischen Glauben jetzt auch reformieren. Das heißt, wir brauchen auch unser drittes Heiligtum, was wir hier im Boss finden. Das müssen wir schnell erobern, sonst werden wir Probleme bekommen. Denn wir haben keinerlei Bündnisse mehr möglich, außer hier die im Osten. Die starken religiösen Bündnisse mit dem Islam sind, ist nicht mehr möglich. Da müsst ihr immer dran denken. Im Teil haben wir aber hauptsächlich auch, glaube ich, Bündnisse mit dem östlichen Religion. Von daher haben wir noch ein wenig Puffer, bevor uns die großen Nationen, unsere kleinen Gebiete hier wieder abreißen wollen. Um einen Plan zu verfolgen, wird unsere erste Reformation uns Richtung Krieg bringen. Denn wir sind, wie ihr seht, ständig im Krieg, derzeit auch wieder. Und deswegen nehmen wir Kriegslust, damit wir diesen bescheuerten Angriffsmahl aus dem Markt bekommen. Denn wir wollen eben unsere Religion so anpassen, dass wir sie möglichst weit verbreiten können. Und dafür brauchen wir halt erstmal ganz, ganz viele Kriege, um das auch möglich zu machen. Ansonsten verbieten wir alles. Alles in unserer Religion ist komplett verboten. Das ist eine richtige Anti-Spaß-Religion. Wir wollen ein weltliches Oberhaupt haben. Aber wichtig ist halt wirklich eine Anti-Spaß-Religion. Der Rest ist so. Der Standard nimmt immer Polygam. Da könnt ihr einfach mehr Bündnisse machen. Immer Scheidungen erlauben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann könnt ihr auch eigentlich schon das Ganze so abgeben. Mit der neuen Reformation können die Sonnenanbeter endlich diesen Planeten der gerechten Religion zufügen. Und wir können sogar unsere Blutlinie weihen, weil wir derart heilig sind. Kurz zur Ausschnitt von dem, was wir die ganze Zeit tun. Überall auf der Welt verteilt Gebiete erobern. Wenn wir also so die Welt erobern und alle möglichen Kriege führen, können wir auch unsere Vasallen, die tatsächlich gerechtfertigt, nur gerechtfertigt eingekerkert worden sind, wie jetzt zum Beispiel hier unsere Setara, zu einer Sonnenprüfung zwingen. Und das heißt, sie wird bis 67% sterben, bis 32% leben. Sollte sie überleben, wird sie von der Sonde gesegnet sein. Und wir haben keinen Entkerkerungsgrund mehr. Geht halt wirklich nur, wenn es wirklich einen legalen Grund gibt, ist jetzt keine überragende Fähigkeit. Aber es ist auf jeden Fall eine Besonderheit, die wir mit Zynismus haben. Und da wir bei der nächsten Reformation das Ganze rausschmeißen werden, wollen wir es doch einmal sehen. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das Ergebnis denn ist. Eine höhere Gerechtigkeit. Am letzten Abend der Prüfung finden wir sie bewusst ist, aber immer noch lebend. Die höhere Mächte wollen es so. Also wird sie entlassen und die Sonnenprüfung ist gerufen. Und so stirbt unser hoher Priester Sonnenmann mit 81 Jahren, nachdem er erfolgreich den zynistischen Glauben wiederbelebt hat. Alle Ehre sei dir, Sonnenmann. Und die Ehre gebührt auch Sonnenmann 2, der jetzt übernimmt und den zweiten Punkt einführt, den wir noch haben werden. Um mal zu erklären, was wir machen wollen. Wir wollen nämlich eine Legende beenden. Und zwar diese durch die Weltpilgerlegende. Diese Legende muss auf 300 Grafschaften übertreten. Und momentan, leider frustrierenderweise, dauert das sehr lange. Aber dann können wir nämlich etwas machen. Wir können nämlich dann unser Reich missionieren. Das kann man tatsächlich auf eine ganz spezielle Weise machen. Und das können wir machen, wenn wir unsere Religion noch einmal reformieren. Und dann kann man tatsächlich mit der Religion massiv Fortschritt halten. Macht das, wenn ihr es nachspielen wollt. Auf jeden Fall früher als ich. Wir sind jetzt erst 50 Jahre drin. Passt also noch. Aber ich denke, wir werden noch mal 50 Jahre brauchen, bis diese verfluchte Legende weiter verbreitet ist. One eternity later. Viel Zeit ist vergangen. Und ihr seht, wir haben uns so richtig schön wie kleine Geschwüre über die Welt verbreitet. In Afrika seht ihr verschiedenste Stellen, wo wir unsere Gebiete ausgebreitet haben. In Europa, selbst in Frankreich, Polen und so weiter, haben wir verschiedenste Gebiete. Wir haben hier im Arabischen Reich etwas. Wir haben auch Verluste erlitten tatsächlich. Sibirien haben etwas. Wir sehen hier oben noch mal was in Sibirien. Und wir sehen in der Mongolei noch Stellen. Genauso wie in dem Himalaya und in Tibet. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Gebiete eingenommen. Und zwar liegt das daran, weil wir mit unserer Legende, die noch immer nicht fertig ist, leider Gottes, aber sie ist auf dem Weg dahin, tatsächlich eine Fähigkeit auslösen wollen, die extrem stark ist. Die geht, wenn man einen Passivglauben hat, also Pazifismusglauben hat. Und diesen Pazifismusglauben werden wir jetzt gleich reformieren mit unserem zweiten Charakter, der wahrscheinlich auch nicht mehr so lange leben wird, mit Sonnenmann 2, um eben diesen Pazifismus einzubauen. Denn der hat einen ganz besonderen Effekt, den ich euch dann gleich zeigen werde. Wahrscheinlich nochmal eine Ewigkeit später. Noch einige Zeiten später habe ich tatsächlich alles, um die Religion zu gründen. Sunny Money mit dem Melkhan, die unsere Vasallen dann sein werden. Pazifismus, Kommunion, össlicher Synkretismus bleibt weiterhin dritten, damit wir die Bündnisse haben können. Und dann können wir das abgeben, das Ganze. Wir werden jetzt keine Kriege mehr führen. Wir sind jetzt eine tolle, friedlich volle und liebe Nation. Das fühle ich natürlich, ist ja klar. Also gleich drüber reden und haben, wie ihr sehen könnt, noch ein wenig was erobert. Unten in Indien, konnte mich nicht zurückhalten. Und ich glaube noch irgendwo hier unten den Teil. Und das ist alles, was wir jetzt haben. Und jetzt schauen wir uns an, wenn unsere Legende jetzt gleich kloppt, dann was genau wir daraus ziehen können. Kurzzeit später ist unsere Legende bereit. Und jetzt sehen wir, was wir bekommen. Ihr seht hier den zweiten Punkt. Ihr erhaltet Zugriff auf die Entscheidung, Pazifismus missionieren. Hier ist es euch erlaubt, euren Glauben in fremde Reiche an euren Grenzen zu tragen. Wir erhöhen die Güte. Wir werden abgeschlossen drücken. Schließen die Legende ab. Wir sind jetzt ein mächtiger, toller Typ, der absolut alles abgeschlossen hat. Und jetzt haben wir die Entscheidung, Pazifismus missionieren. Da wir überall Regionen haben, bekommen alle Herrscher, die um uns herum leben, die Möglichkeit mit erhöhter Chance, die Religion von uns anzunehmen. Das heißt, momentan liegt der Zoonismus oder eben der Sunny Money momentan nur in diesem Gebiet, nicht mehr wirklich hier vor. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir uns diesen Button einmal zunutze machen. Pazifismus missionieren. Der Friede wird obsiegen. Alle eure Nachbarreiche werden die Möglichkeit erhalten, zu eurem Glauben zu konvertieren. Zack. Und da seht ihr, konvertiertes Sunny Money. Und konvertiertes. Zack, 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 zack. Ganz viele Leute konvertieren jetzt zu unserem Glauben. Selbst der französische König. Ganz viele Könige, ganz viele Reiche. Ihr seht, ich kann schon gar nicht mehr durchklicken, wie viele es sind. Und jetzt rücken wir nochmal auf die Karte, nachdem sie aktualisiert ist. Und tadaa. Jetzt sehen wir, dass hier überall Sunny Money ist. Sunny Money, Sunny Money. Überall in den Gebieten seht ihr unten. Überall Sunny Money. In Indien ist es komplett verbreitet. In Tibet. Hier ein Geschwür hat sich ausgebreitet. Hier oben in der Mongolei, in Sibirien. Hier hinten in Europa tatsächlich sehr weit. Auch noch was sehr cooles. Hier unten im orthodoxen Gebiet. Sehr weit ausgebreitet. Ist selbst der Kaiser? Ja, selbst der Kaiser. Die Kaiserin ist Sunny Money geworden. Das heißt, unsere Religion ist überall hier ausgebreitet. Man kann richtig schön sehen, auch Igbo Benu hat sich überkehren lassen. Noch ganz viel anderes. Und jetzt kommt der lustige Part daran. Wir haben ja jetzt unsere Religion noch Kommune gegeben. Weil der Kommune bedeutet das, wenn wir das Oberglaubensoberhaupt sind, kriegen wir auch noch Money. Das heißt, unsere tote Religion, die vorher wirklich tot war, die ist jetzt absolut über die ganze Erdkugel verbreitet. Und wird sich jetzt ausbreiten wie ein Lauffeuer. Und das ist eine absolut geniale Geschichte. Und wir schauen mal, ob das Ganze auch wirklich Geld einbringt. Wow, ein kurzer Zeit später geht es schon los. Ablässe erbitten. Irgendjemand aus dem Reich hinten in Ägypten will Ablässe erbitten. Genauso noch jemand aus einem anderen Reich. Und das wird jetzt konstant so weitergehen. Gucken wir mal, wie viel Geld wir da rausbauen können. Sofort Sekunden später wieder sofort nochmal die Geschichte. Ihr seht, ihr regnet es einfach nur rein. Ablässe erbitten. Guckt euch das an. Während ich hier clique, kommen direkt neue Nachrichten. Wir haben die Religion nicht mehr weiter verbreitet. Es ist einfach lächerlich stark, ey, was wir hier haben. Das macht richtig Bock. Da haben wir richtig viel Kohle jetzt rausgeholt. Unfassbar, wie gut dieser Trick funktioniert. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Und das sind unsere Ergebnisse nach fünf Jahren. 6700 Gold. Ich habe sogar einen Krieg verloren oben. Und habe da noch Geld abgeben müssen. Und ihr seht, wie unser Glaube sich hier komplett durch die Welt beißt. Afrika wird schon nicht damit durchsetzt. Aber auch Europa ist damit voll. Genauso wie hier das Byzantinische Reich. Guckt euch das an. Das ist so gut. Guckt euch einfach diese Sache an. Das macht so viel Bock. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist einfach genial. Wir werden jetzt noch mal bis zu 100 Jahren. Wir sind ja gerade erst noch nicht mal bei 100 Jahren. Also 13 Jahre noch mal voranskippen. Gucken, was wir für Geld wir dann gesammelt haben. Und schauen mal, was wir dann schön tun können. Vielleicht mal ein großes Reich angreifen. Das ist doch ganz gut nach so einem Plan. Denn ich glaube, glaubst du überhaupt in diesen sündigen, sündigen Fool der Hölle, den wir hier Welt nennen, kann man ganz gut Geld verdienen. Das passt ganz gut. Da sind wir also 100 Jahre nach unserer Gründung der Sonnenarbeiter durch Sonnenmann 1 und jetzt mit Sonnenmann 2, Gordia, Sonnenmann 2. Und wir haben es folgendermaßen geschafft. Wir haben 14.900 Gold. Ich habe wirklich alles ausgebaut hier. Gut, ich bin jetzt auch nicht technologisch super krass. Alles ausgebaut. 15.000 Gold. Wir kriegen konstant Mails. Konstant kommt hier neues Gedöns. Wir können einfach mal lang klicken. Ihr seht konstant. Floppt es hier runter. Ihr könnt ständig diese 100 Gold, diese Ablässe kriegen. Es ist unfassbar. Wenn wir die Religion anschauen aus der Karte, guckt euch das an, wie super das ist. Unsere Religion ist überall verbreitet. Ihr seht wirklich überall noch mehr davon. Das gesamte byzantinische Reich ist einfach dadurch zerfressen. Der mongolische Bereich hält sich noch ein bisschen wacker, aber ihr seht überall auch der indische Bereich zerfällt langsam. Afrikanischen Bereich kommen wir auch langsam ran. Und ich versuche gerade die zweite Legende zu ballern. Es ist halt absolut lächerlich krank. Es macht richtig Bock. Ich kann es euch nur empfehlen. Wir machen jetzt das Letzte, denn die Zetschuken sind aufgetaucht. Einfach mal unsere Machtdemonstration. Und zwar kommen wir jetzt die Zetschuken. Ja gut, aber ich würde mal sagen, wir haben hier ein paar Soldat. Wie wäre es denn, wenn wir die einfach kaufen würden und uns alle dann kaufen würden? Warum nicht, ne? Können wir doch mal machen. Dann kaufen wir uns einfach alle Truppen, die wir uns leisten können. Gucken wir mal, was wir da jetzt für Truppen bekommen. Hm. Was wohl reicht, die Zetschuken zu besiegen? Ich glaube, das könnte durchaus klappen, oder? Guckt euch das mal an. Ein paar Trüppchen haben wir hier bekommen. Die werden wir jetzt nutzen, um hier einmal die Zetschuken zu beseitigen. Wir werden die Zetschuken direkt lernen, was es heißt, wenn man sich in uns mit den Sonnenanbeter anlegt und Sunny Mannies melken Männern. Und zack, 15 Prozent. Und damit sind wir schon gut dabei. Während wir also kurze Schmerzen die Zetschuken zerstören, haben wir direkt wieder unsere 1.000 Gold hier drin. Das geht ohne Probleme, da wir so viele Anhänger auf der Welt haben, dass wir konstant tatsächlich Geld verlangen können. Und wir ignorieren mal, dass unser Herrscher eine Spinnzucht hatte, okay? Mit einer schnellen Belagerung und schnellen Kämpfen können wir die Zetschuken besiegen. Das sind schon wieder 6.000 Gold. 5 Minuten später. Okay, ich sag ganz ehrlich, das war noch schlimmer, als ich dachte. Also diese 20.000 Truppen haben echt lange dafür gebaut, aber die Zetschuken sind erniedrigt. Das ist natürlich alle zwei Jahre, wenn wir den Krieg erklären, aber ihr seht schon, die sind so gut wie zerstört. Und zu einer Belohnung finden wir noch einmal ein neues Großreich. Boom. Haben die Sonnenanbeter also zum großen Ruhm verholfen. Ihr seht es schon, ein gigantisches, schönes Kaiserreich. Und wir können als letzten Abschied nochmal, bevor wir das Video dann endgültig beenden, hier noch den letzten Schritt wagen und wieder eine Legende abschließen und noch einmal Zifismus missionieren. Und ihr seht, es werden immer mehr, die konvertieren. Guckt es euch an. Ich klicke hier gerade wie ein Wahnsinniger. Jetzt können wir nochmal schauen, wer denn alles zoonistisch ist, wo Sunny Money ist. Guckt es euch an. Ist das nicht eine herrliche Sache? So viele wieder konvertiert, das heißt, wir werden unendlich Geld wieder reinschmeißen. Das könnt ihr unendlich weitermachen. Es ist einfach ein Fest. Aber für uns, für mich reicht es jetzt, euch das gezeigt zu haben. Wir haben nach 100 Jahren ein unendliches Vermögen. Wir können unsere Städte unendlich aufbauen. Und dann noch ein bisschen Entwicklung reingepusht habt. Könnt ihr halt einfach alles machen, was ihr wollt. Und könnt die Religion wirklich über die ganze Welt verteilen. Ihr seht, guckt euch diesen Katholizismus an. Wie erbärmlich schwach der ist. Wie stark unsere Religion ist. Selbst Kreuzzug sollte uns jetzt nicht mehr mitbrechen können. Einfach absolutes Fest, diese Fähigkeit. Versucht es selber mal. Es ist einfach ein absolutes Fest. Sonnenmann, Sonnenmann 2 und all seine Kinder verabschieden sich von euch. Es ist wirklich super. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie immer auf meinem Kanal, lasst auf jeden Fall ein Like und Kommi da, das Hilfenalgorithmus und mir kommt sonst bei Twitch vorbei. Da mache ich auch so einen crazy Scheiß. Von daher, seid ihr da auf jeden Fall eingeladen. Und guckt sonst mal in die anderen Videos hier hinein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein.